Am Ende kommen sie immer zurück. Und dann kommen alle auf mich. Ich muss gerade nochmal hier gucken. Wo war das? So war das. Ich nehme dann glaube ich immer mein Bett mit, ne? Bist du dann der Batman? Ja, der Batman. Der Batman? Nein, der Batman. Du verstehst den Witz, wenn ich... Weiß doch. Ja, der Batman. So, also ich bin im Bett. Man. Puts, Junge, da, voll aufs Maul. Gute Nacht. Ja, ja, gute Nacht. Ja, jam, jam, jam. Ich mach den ja Käsekuchen eigentlich. Der Käsekuchen. Der Käsekuchen LP, hast du den schon mal wieder gesehen die letzten Tage oder so? Sag ich da nix mehr zu dir oder was? Nö. Er dreht ihm meins Gesicht, wenn's denn mal siehst von mir. Warum? Ja, weil er es verdient hat. Ja, ja, warum? Ja, weil er es nicht... Weil er nix sagt. Ja, aber du wohnst doch näher bei dem als ich. Nö. Natürlich. Nö. Natürlich. Nö, nö. Der wohnt doch direkt neben dir. Nö. Das ist doch dein Nachbar, der Käsekuchen. Du oder was? Hä? Der sagt, dass ich das bin. Ja, du. Nö, was? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Natürlich. Der ist wieder unterwegs, der Junge. Ist ja schlimm, ey. Oh Gott! So, wie mach ich statt? Da soll der Eingang sein. Mit einem Rubber kann ich keinen Schaltkreis herstellen. Ey, leck. Ich hab Feuer haben. Da soll der Eingang rein. Oh, wie mach ich stehen? Mache ich mal hier so ein bisschen weg. Dann machen wir mal auf diese Höhe. Das Ganze hier. Wenn ich den Strom brauche, komme ich wieder. Dann mach ich dir die Sicherung raus. Na, dann blaue ich halt. Dann hol ich die Polizei. Dann mach das. Ja, mach dich auf. Und du kannst nichts dagegen tun. Oder? Ja, was? Ja, einfach weitermachen. Warum geht denn? Das geht nicht. Das geht ja gar nicht. Was? Ich kann mein Lapppack nicht aufladen. Schon. Das geht nicht. Ich kann das nicht reinlegen. Wieso geht denn das nicht rein? Hä? Nee, warte mal. Na dann nicht. Dann lade ich es halt nicht auf. Dann schmeiße ich es halt weg. Ganz ehrlich. Doch, mein Lapppack ladet sich auf, wenn ich einen Solarhelm anhabe. Ja, ich meine nicht mit einem Solarhelm. Mit was willst du denn das aufladen? Ja, ich will das in den Speicher legen und aufladen. Ja, in den Speicher halt. In den kleinen. Ja, da geht das nicht. Ja, wer denkt sich denn sowas aus? Nur in den großen. Nein, wasser nicht. So, das muss noch weg. Da, ups da, ups da, ups da, ups da, ups da, ups da. Na, also da ist der Eingang. Ich brauch... Das ist ja wieder asymmetrisch gebaut. Das hast du gebaut, weißt du. Ja, aber einer muss ja schuld sein. Ja, du. Warum immer ich? Ja, du angefangen hast zu bauen. Ich hab da nichts gebaut. Ja, toll. Ich hab nur die Wände gebaut. Das ist immer die kleinen. Wie du das gebaut hast, war ich in der Höhle. Da, da kann ich nix für. Wieso ist denn das asymmetrisch? Ist doch so, ist doch gut. Was ist denn da bitte asymmetrisch? Ist doch gut so. Weißt du, ist asymmetrisch? Deine Augen sind asymmetrisch. Ne. Äh, Erde. Hab ich jetzt noch dabei. Irgendwann wird's ihm leid tun. Äh, Steinmorg. Irgendwann wird er ganz dringend Hilfe brauchen. Und dann sag ich, nö. Und dann sagt er, watt. Und ich sag, yo. Und ich sag, wow. Und dann du sagst, dann, oh, oh. Was? Du meinst, das Argument, das zieht dann bei mir, oder was? Nö. Nur weil du wow sagst, du sagst dann, oh, oh. Ne, keine Ahnung. Äh, was hab ich denn eigentlich alles? Sollte es jetzt ne Drohung sein? Ne, das sagst du jetzt. Warum soll ich dann, oh, oh sagen? Ne Ahnung. Seitdem stehst du mit ner Schrotflinte vor mir, dann würd ich sagen, oh, oh, jetzt hat er ne Schrotflinte. Ja, das kommt dann vielleicht. So, mal gucken, wie ich das hier mache. Würde ich dir nen Käsekuchen ins Gesicht werfen und wegrennen. Du musst aber erstmal einen dabei haben. Ja, den hab ich immer dabei, für Notfälle. Also glaubst du, ich geh ohne Käsekuchen aus dem Haus? Wie bist denn du unterwegs? Ich glaub, ich sollte mir mal meine Bewuchsamkeit holen. Das wär auch ein geiles Spielefeature gewesen, ganz ehrlich. Was? In the last of us, ganz ehrlich. Kommt da so ein Klicker und da kriegt das auch was? Klicker, bam, vollen Käsekuchen ins Gesicht. Du, wieder mal mit deinem Käsekuchen. Ey, Käsekuchen ist besser als kein Käsekuchen, ganz ehrlich. Ich lade mal auf. Okay, ich brauch 13. Ich brauch nur noch 2. Ich fosten. Da kann ich mir nämlich noch 3... Komm, schulade dich auf. Ich mach noch nicht, doch jetzt. Ladpack auch nochmal schnell aufladen. Ich brauch den Strom zu klauen. Bevor ich dir die Sicherung rausmache. Oh, gleich ist voll. Falsch. Mir will Lindenstraße sehen. Mir will Lindenstraße sehen. Was auch immer. Es sind jetzt... Ja, fast voll. Unten ist fast voll, ne? Ja, voll, ey. Ich bin doof. Hast du gerade gesagt, dass ich doof bin? Ja, das hast du gesagt. Ich. Ja, das hast du gesagt. Warum? Das weißt du schon nicht, warum du das sagst. Ja, wie jetzt? Ja, was weiß ich? Was weiß ich? Finde ich fein nicht witzig, ganz ehrlich. Und voll. Miau. Du hast auch nichts Besseres zu tun, als hier mit der ganzen Zeit dein Ding hinzuher zu fliegen und so. Ja, wenn ich Strom brauch... Jetzt brauch ich erst mal nix. Ja, dann macht ihr welchen. Jetzt brauch ich erst mal nix, ne? Jetzt baue ich mein Haus. Ich hab nicht gesagt, du sollst zu weit wegziehen. Ist ja nicht weit. Ja, nö. Ist ja nur von Jupps nach Frankfurt. Es sind nur 115 Meter, äh, 115 Meter, ja. Jetzt hast du dir eigentlich so die letzten Tage wieder Teures gekauft. Wie? Soll ich mir nix gekauft haben? So weiß ich nicht. Vielleicht wieder irgendwelche Spiele, die ich gut finde und fünf Jahre dran sparen muss. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, weiß er nicht, sagt er auch noch. Naja. Ich weiß ja nicht, was für Spiele du meinst. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's ja wieder irgendwelche Spiele, von denen du was weißt und ich nicht. Ach so, ja, nee. Leider nicht. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich muss es ja jetzt mal wieder ansprechen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht so jemand bin, der sich irgendwelche Spiele oder so vorbestellt, ne? Ja. Das weiß jeder, aber wenn von The Last of Us ein zweiter Teil rauskommt, wird das sofort gekauft. Weil ansonsten raste ich hier aus, ne? Könnte sein, dass es jetzt hier ein bisschen dunkel ist. Brauchen wir Kupfer, Zweikabel und Holz. Ich höle nämlich jetzt mal den Berg aus. Aber dafür brauche ich Fackeln. Ah, nee, ich kann mir welche machen. Fuck Ellen. Was? Wer hat hier gerade ein böses Stimmwort gesagt? Ich war das nicht. Ja, die Fackeln. Brauche ich. Die Fackeln ab. Fackeln ab, ja. Fackeln ab, genau. Die Fackeln ab. Ja, die Fackeln von voll ab, ne? Ja, voll übel, wie wir hier gerade die Welt beschimpfen. Ja, die Fackeln voll ab hier, ne? Das ist nicht mehr ganz dicht. Wenn man da nicht die GEMA dahinter kommt. Warum soll die dahinter? Das ist keine Musik. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja den Fackel-Song oder so. Fackeln. Ab, 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 ab. Nee, keine Ahnung. Wir sind die GEMA-Musik-Copyright-Geschütz. Da, da. Wir sind scheiße, grün und doof und hässlich, doof und hässlich und hässlich und grün und doof. Und schwarz-weiß. Und grün und doof und grün und hässlich und scheiße und dünn und doof und hässlich. Das ist jetzt kaputt. Also hier unten, das ist so sozusagen der Eingang. Die Eingangshalle. Nee, keine Ahnung, wie groß ich das Haus baue. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr nicht wollt, dass Starkiller in sein Haus zieht und alles kaputt macht. Wieso mache ich dir was kaputt? Mache ich dir was kaputt? Du zerstörst unsere Umwelt. Ja, ich mache den Berg holen. Wie schnell das Labpack jetzt auflädt. Wie? Wie, der ladet sich auf? Ja, das Electric Jackpack ist jetzt fast voll aufgeladen mit meinem Helm. Und wenn du fliegst, tut sich das auch aufladen. Ja, dann wird es zumindest nicht mehr so schnell leer. Warte, ich gucke kurz. Jetzt muss ich erst warten, bis es voll ist. Also ich kann hier rumfliegen. Nö, bleibt voll. Habe ich doch ausprobiert schon. Ja, ich will es halt nicht. Ja, außer jetzt nicht mehr, weil es dunkel wird. Weil es, ich hätte mein Bett mal mitnehmen sollen, ne? Hätte ich mein Bett hier reinstellen können. Ganz leise reden. So leise, wie es geht. Du machst eher als was anderes. Ach so. Ich gehe ins Bett und habe die Tür zugeschlossen. Gut, dass er jetzt vom Dach reinkommen kann. Oh. Das war jetzt überhaupt nicht witzig. Ganz ehrlich, gib mir meinen Stein wieder zurück. Mach ich. Tschüss. Jetzt hat er sein Zeug gepackt und haut ab. Natürlich. Denk nicht, dass du mir so davon kommst. Ich gehe dir hinterher. Ja, dann nehmen wir mein Bett mit. Nein. Ach so, wir wollen schlafen. Ja, natürlich. Ich habe nur mein Bett genommen, damit ich jeden schlafen kann. Damit ich nicht mehr so weit fliegen muss. Werden hier das Feld kaputt gemacht, ey. Den können die schon wieder rausreißen, echt. So, mein Bett steht. Ich bin drin. Gute Nacht. Ah, und guten Tag. Guten Morgen, besser gesagt. Das ist meine Kontonummer. Was? Die Wudo- EFV? Ja, genau. Das ist meine Kontonummer. Das ist gut. Damit kann sich jetzt jeder Käsekuchen abheben. Für null Geld? Ja, für null Geld. Uh, guck mal. Oh, für null Geld, Alter, weiß der Typ ist so. Er ist doch so, null Geld. Null Geld. Boom, boom. Den Enderman vollgegeben mit der Axt ins Gesicht, ey. Wie der Kettenzähl. Also ich mache hier unten das so, dass ich hier den kompletten Berg ausholen tue. Aushüllen tue. Alter, der gibt mir, der Junge. Und dann einfach mal so ein paar Räume mache, wo ich dann in einem Raum Magie, in anderen Raum Technik und sowas mache. Früher war die Kettensäge aber stärker. Die hat nur zwei Schläge gebraucht. Brauchst du drei? Pff, mehr. Vier, fünf, sieben, acht, zwanzig, drei Milliarden. Kommt schon hin. Oh, drei Milliarden kommt schon hin, okay. Und ich weiß nicht, soll ich es drei oder vier hoch machen, Kevin? Hä? Drei oder vier hoch? Ah, ich würde sagen, dreieinhalb, dann ist es perfekt. Okay. Weil man weiß ja nicht, wenn die Creeper kommen und die Clicker, dann sind dreieinhalb vielleicht besser. Ehrlich soll man den Last of Us Mod machen für mein Geschäft, das wäre mal fett, Alter. Ist das nicht? Ich weiß ja nicht, ob es das gibt. Vielleicht brechen hier ständig die Beine, das finde ich nicht lustig. Alles, was ich jetzt nicht brauche, schmeiße ich mal kurz weg. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Das ist mein Holz hier. Ich brauche jetzt irgendwas zum Rage hier, Alter. Oh, wie viel Kupfer ist hier? Warum ist hier so viel Kupfer? Ist ja geil. Nein, diese habe ich教- Bis zum nächsten Mal.